du willst so um das Haus von ich habe 2.800 Prozent und hier kann ich meinen Handelshafen weiter ausbauen zum Militärhafen oh mein Gott das ist ein Militärhafen Exportkapazität wird gesteigert und ich kann Kriegsschiffe bauen ich brauche kein Militärhafen theoretisch oder mit mir konnte ich kann alles auf den Bauern so habe ich auch mit ihr auf weil ich kann auch kein Militärhafen bauen er kann haben zu haben so ist selbst des Geistes wird über mich geforscht auf sieben Runden um des Vorsicht hat auch noch zwei Runden und danach gehe ich auf die gleiche Landverteilung können und das ausbauen ich habe abgespeichert das ist noch nicht nehmen sie noch was so da wird auch schon okay bloß mehr Nahrung oder so es ist noch bei 59 der Klinie wir haben spielen er hat für den Spiel ich bin ja dran jetzt er ist bewegt sich dann nicht die Anzeige 4 950 ich machte schon was ja ich habe gerade Handel angenommen okay und deine Einheiten darauf schicken auf diesen Ankerplatz ich kann jetzt Schusswaffen bauen ich habe eine Schusswaffeinheit nun geschenkt bekommen er hat wohl wollen wir hier in welchem Dorf Jo oder Tosa 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 ja aber du weißt du brauchst ein zum Beispiel er hat kann sein die Mauer musste die Halt um zwischen die Falle Bogen stellen was recht so ich habe eine kleine Reichweite schick mal ein schick mal jetzt eine Brote die Runde schickt das zu mir auf den Handelshafen der Eheer indonesisches zu tun der dabei Juhu das ist so jetzt gerade Handel angeboten bekommen und dabei angenommen so sehr gut es wird er gleich mal mehr nicht schlecht ich muss ihn hier oben von dem schon nicht zurückholen schick das Handelsschiffe drin wer da oben ist ein Schoenny und das ist es sehr schön wie das ja ja ich habe vier Schöne der gleiche um mein Freund hier oben vorsehen sie ist der auch drei der Idee die Stadt Higo sie sind nötig von mir nördlich ja die Goya es ist das ist es bei der Sichtbar was dann die Stadtjahr ja genau wie ich mit dem Handel betreut der hat sich ja fast auf der Karte um Schaust hat sich nach Norden vorgearbeitet der hat es der die natürliche Provinzien genommen Saga schon auf die Mühle kann ich nicht sagen kann man die oben rechts in die Karte auf das hellblaue ist der Schoenhofen ist das hellblaue ist der Schoenny und das ist so und sie hat tatsächlich da oben die Provinz er ein genommen werden zu sagen abgezweigt jetzt nennen und ich will jetzt hier die Euro Provinz für Juga ich bin ja gerade auf dem Weg er hätte die Provinz er ist an die 1 zu haben sie hat es sei auf der Insel der Umgebung hier einer da rechts oben die bin ich jetzt an ich bin der beteiligt hast du das gemacht oder muss noch was Bohnen was produzieren Handlung hatte war der E Prozent wenn noch nicht ganz fertig das benächte Terrasenausbau wenn du hier die Nürnberg der Bauernhof Ausbaut und bekommt man was mehr Nahrung oder ja warum ich habe schon eine Scheide er hat als Plussitz auf Nahrung und um die drei Runden ist mein Prozent meine Prozent Terrasenausbau fertig was bringen wir denn die das zwei Städte Wachstum Alter und wenn ich weiß auch wenn ich bestätig muss und wenn du die verbesserte Bewässerung auf diesen Terrassen Ausbau verbessers und bekommst du tausend vier Wohlstand in der Provinz und stellt drei Nahrung und also eins mehr ich habe mich schon ich muss über der Auslösung ist was ich muss unbedingt gleiche Landverteilung erforschen aber erst in zwei Runden und okay was soll es sein Sie sind richtig aus ja ich war damit auch ein anderes abkommen mit dem doch noch eine rekrutiert ob man du bist einer seiner Feinde Sogo von wem wo ist Sogo ja bin ich so wirst du mit dem hier Frieden machen da bin ich gern Handelsabkommen mach also lang nur ziehen aus so lang es noch geht nicht denn im Jahr Schwein da kommt ein geiles Wasserkämpfchen sehe ich gerade hier wenn ich dran wäre das noch 42 Sekunden das ist glaube ich geklickt oder da sind schon wieder er kennt am besten dort nur zu zunächst So, mal schauen, was der Clan jetzt macht Sony Date Voll die komischen Namen Sony, sorry Ach, der will meinen Hafen Der hat blockiert meinen Hafen, die Sau Mein östlicher Hafen hat der blockiert, diese blöde Penner Ich habe so nicht mal die VQ-Piraten gesehen Ja Oh, das war die nur noch 836 wegen dir schwuchten Alter, ich muss hier echt nochmal zwei Schiffe nachproduzieren Das war die, kein anderes Schiff So Speichern So, das ist interessant, ich habe glaube ich zwei Gefechte jetzt zu führen Hier einmal auf dem Wasser Ah, er zieht sich zurück, Feigling Ja, dann warst du schon Zack Jetzt hatte ich doch wieder ein bisschen mehr Und mein zweiter Kampf wäre dann hier Auf seine hessische Hauptstadt Was hatten wir da drin? Nur Mongos Machst du den Kampf eigentlich schon? Nö, jetzt mach ich's Oh, der hat nur Bogenschützlerin, ach wie schön Naja, und so ein paar beschüsste Sperrträger Nur die kann halt nix Aber der hat drei Sterne General Oh, ich hab ein zweistelliger Könnte schon was werden Weil das mehr Truppen, wo man sie muss 40 Da kann ich mal Da braucht eine Verstärkung irgendwo Hintergrund Kraft links an, wenn es geht, soll jetzt eine Verstärkung gezimieren? Äh, wie viel Verstärkung hat er denn? Eine, eine irgendwas habe ich nicht nachgeschaut Ich will auch eigentlich gut Ja, dann bin ich so, sei ich nicht Konzentriert sich Die kommt aber auch von außen Die kommt aber von außen Die kommt aber von außen Wenn die von außen kommt, dann kann ich die abfangen Ja Ich weiß nicht, in welche Richtung die kommt Warte mal, ich kam von da Da muss ich eigentlich von rechts kommen Die kommt aber von derselben Seite, wo du kamst Wo bloß der eine Aufgang ist Na komm schon Jetzt geht's los Bitte schön Alles in eine Gruppe Da von der Seite würde ich ja gar nicht mehr Man hat gerade von rechts an Da haben wir auch von rechts an, das ist schön hier Das ist genau dasselbe Wie bei dir Söhn Das Gefecht starten, mach los, dass es Nur kurz Pause mach Ich will wissen, wo ihm seine Verstärkung kommt Was ist das da unten? Lol, das ist ein Zirkus oder was? Das außerhalb Außerhalb der Map Schau mal von meinen Einheiten 90 Grad Wo sie ihn schauen, links weg Also wenn du in die Richtung guckst, links, 90 Grad nach links drin und dann darunter und so ein Zirkus Aufgeburte, keine Ahnung, was ist das Baracken? Achso, hier Schaut aus wie Zelte von deinem Lager Wie dein Heerlager Oh ja Schaut lustig aus Soll ich hinrennen? Ja Soll ich hinrennen? Ja also soll ich nicht hingestellte Bogen Schütze hatten ja aber kurz um so ein ich mach mal in allem eine Katana mal kurz lockerer Formation rein in alle Einheiten einfach so sie ja da der Aufstieg und schaut gut aus stehen die schon nein die laufenden Schleswig der Schöpfung kommen oder nicht die gehen hier hinten hoch das war der Bogen Schütze schon schießen Alter ja aber Reichweite sind sie jetzt schon schon ich hab jetzt extra lockerer Formation gemacht damit nicht allzu viele jetzt verrecken weil die sind schon gut aber sobald meine Einheiten da oben sind mach ich dich ein Messer komm schon schneller wenn er von euch übrig ist ihr blöden Penner ah da hinten kommen sie ja 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 die ja 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 Ah, die ziemiere ich gerade schön hinten. Ist das der General hier zufällig? Oder wer von denen ist der General? Schau mal kurz. Shoni? Wer von den beiden ist der General? Keine Ahnung, ich schieße einfach mal auf die da. Ja, ich schieße mal die... Okay, Wohmschützenforschung. Ja, ja. Ja, ja. Hier hinten brauchen wir mal Unterstützung. Meine? Ja, auf der linken Seite. Jetzt sind sie wieder da. Das hat immer sein General unschicken. Ich motiviere mal kurz die Einheit hier. Das muss man kurz motivieren hier.